Leute, als allererstes mal wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten, Leute. Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage und werdet auch weiterhin schöne Festtage haben. Ich habe mir natürlich auch etwas Zeit für die Familie genommen, hatte ich euch ja auch in der Telegram-Gruppe gesagt, dass es aber ab heute oder morgen wieder aktiv Daily-Videos auf YouTube geben wird. Und genau das starten wir jetzt hier auch direkt schon, denn wir hatten natürlich seit meinem letzten Video eine enorm interessante Preisentwicklung. Um ehrlich zu sein, nichts, womit wir nicht gerechnet haben. Also die letzten vier Tage Preisentwicklung waren eigentlich eine Sache, mit der wir fast schon gerechnet haben und wir haben sie ja auch perfekt gespielt. Ich habe insgesamt über 200.000 Dollar momentan in Long-Positionen an Profit seit gestern Morgen. Insgesamt Positionen im Wert von 5 Millionen Dollar. Das heißt, ich bin momentan tatsächlich mit 5 Millionen Dollar bei Bitcoin Long. Ihr könnt es ja auch schon sehen, wir haben gestern Abend ja bei beiden, ich habe ja zwei Positionen gerade offen, wir haben ja gestern Abend bei beiden Positionen bereits Profite genommen. Ich hatte euch ja hier, wann hatte ich euch das in der Telegram-Gruppe geschrieben, am 24. um 5 Uhr morgens hatte ich geschrieben, dass ich anfangen werde Long zu gehen und dann kurze Zeiten, das ist der erste Long, das hier war mein erster Long-Trade. Und dann, als wir hier dieses Symmetrical Triangle hatten, hatte ich gesagt, eine Stunde hier, aufpassen, Symmetrical Triangle, hatten ein Breakout mit Breakout-Bestätigung daraus. Daraufhin habe ich dann noch eine weitere Long-Position eröffnet. Das hier ist sozusagen die große Long-Position, das ist die große Long-Position, das ist sozusagen diese Position hier. Und dann habe ich nach dem Symmetrical Triangle noch eine kleinere Position eröffnet und ihr seht jetzt hier gerade auf Bybit die kleinere Position. Also das hier ist die kleinere Position, die ihr hier gerade seht. Die habe ich aber mittlerweile halt einfach nur extrem hoch skaliert, einfach aus dem Grund, weil, das hatte ich ja auch um 14 Uhr heute gepostet, um 14 Uhr, wo waren wir da vom Kurs? Da waren wir glaube ich relativ hoch. Ja, wir haben fast beim High nämlich richtig schön Profite genommen. Das hier ist die große Position, da hatte ich dann nochmal geschrieben, dass ich bei beiden Positionen Profite nehmen werde und habe aber hier fast die Hälfte an Profit genommen bei der großen Position. Also die ist fast zu, naja, nicht fast zu, die ist noch 1,5 Millionen Dollar groß, aber im Vergleich zur kleinen Position, die jetzt mittlerweile 3,5 Millionen Dollar groß ist, ist es natürlich nicht mehr allzu aufregend. Aber wie gesagt, wir haben natürlich bei der Position, darf man nicht vergessen, auch schon deutlich, deutlich mehr Profite genommen als bei der Position jetzt. Ihr könnt es denke ich mal sehen, wir haben ja gestern ein bisschen Profit hier aus der Position genommen, ich glaube so einen halben Bitcoin ungefähr, sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil das resettet sich ja immer, der Daily Realized P&L und dann habe ich heute bis jetzt nochmal 0,7 Bitcoin Profit genommen, nochmal 17.000 Dollar. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut im Gewinn, selbst wenn jetzt hier beide Positionen mit dem Stop-Loss geschlossen werden, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis meiner Position, aber wir wollen jetzt natürlich im Video heute darüber reden, was dafür spricht, dass diese Positionen nicht geschlossen werden und wir jetzt hier eine weitere Acceleration sehen, bis zum Beispiel auf 30.100 Dollar hoch. Ich werde euch jetzt wie gesagt ganz genau sagen, was meine Kursziele sind, was ich vom Bitcoin-Kurs erwarte und so weiter und so fort. Schauen wir uns doch als allererstes mal an, was ist passiert. Seit meinem letzten Video, wir haben ja im letzten Video darüber geredet, dass wir diesen Rising Wedge hatten. Ich persönlich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir einen Breakout nach oben aus dem Rising Wedge sehen. Wir haben aber auch hier mit dem Szenario gerechnet, dass wir einen Breakout nach unten sehen. Das ist natürlich auch passiert. Meine Positionen wurden da alle mit fast plus minus 0 mit dem Stop-Loss hier unter unserem Up-Trend-Support geschlossen. Wir haben nicht allzu viel verloren, weil die Positionen nicht so wirklich groß waren. Und dann haben wir natürlich hier die Korrektur, die erwartete Korrektur runter auf 22.250 gesehen. Das war dann die Korrektur, die wir hier sehen konnten, runter hier auf 22.300 Dollar. Klar, wir sind einmal kurz runtergewickt hier, aber wurden ja direkt wieder aufgekauft. Das heißt, den Wick werde ich jetzt da an der Stelle einfach mal nicht unbedingt mit reinzählen. Aber wir sind perfekt hier runter korrigiert. Dann haben wir nochmal einen Pump gesehen. Ihr wisst, in dieser Zeit waren Festtage, da habe ich keine Positionen eröffnet. Da habe ich auch keine Updates oder sowas geliefert. Und dann habe ich euch das erste Update wieder gebracht am 24. Wo war das? Ich habe es euch ja gesagt. Dann habe ich euch das erste Update wieder gebracht, hier, wo ich die 5X Long eröffnet habe. Was ich euch ja gerade die Position eröffnet habe. Das habe ich euch ja gerade alles schon erklärt. Was wir dann natürlich gesehen haben, ist ganz klar, dass wir hier ein großes Ascending Triangle geformt haben. Wir können es hier schon sehen. Wir haben wirklich ein wunderbar schönes, großes Ascending Triangle geformt. Und sind aus diesem jetzt ausgebrochen. Und zwar glücklicherweise nach oben. Was können wir jetzt erwarten? Es ist natürlich Punkt 1 ganz klar. Wir haben immer noch Widerstandszonen über uns. Wir haben hier immer noch Widerstandszonen über uns. Und es scheint auch noch nicht so, als würden die Bären hier den Kampf aufgeben. Das heißt, wir sehen ja immer wieder, wir sehen es gerade jetzt sogar schon wieder, dass die Bären hier ein bisschen anfangen abzuverkaufen. Aus diesem Grund, da es immer noch diese Unsicherheit gibt, habe ich bei der Position, das ist jetzt meine größte Position gerade, habe ich hier bei dieser Position die Stop-Losse in den Profit gesetzt. Damit ich hier bei der Position garantiert mit keinem Minus rausgehen kann. Und die große Position, die jetzt noch 1,5 Millionen Dollar groß ist, da bin ich relativ froh, da ist unsere Entry nämlich noch deutlich weiter unten. Da ist der Stop-Loss auch im Profit, aber da ist der Entry noch mal deutlich niedriger. Das heißt, ich glaube, diese 1,5 Millionen Dollar Position werden wir auf jeden Fall offen behalten. Hier bin ich mir momentan ein bisschen unsicher. Und zwar, jetzt werde ich euch auch erklären, warum. Und zwar, Leute, haben wir natürlich bis jetzt hier einen wunderschönen Abtrend gesehen. Bitcoin ist wunderschön mit einem schönen Abtrend hier überall durch eigentlich alle Widerstände durchgegangen. Also wir hatten hier einmal diesen Downtrend-Widerstand, wir hatten einen horizontalen Widerstand und wir hatten noch, da habe ich jetzt ein bisschen den Chart aufgeräumt, wir hatten noch deutlich mehr solche Linien, die Bitcoin jetzt alle nach oben hin durchbrochen hat und bis jetzt auch mit einem Retest bis jetzt positiv bestätigt. Wir sind wirklich hier perfekt einmal mit einem Retest auf unseren horizontalen Support und auf den Support hier von dem großen Symmetrical Triangle gegangen. Das heißt, bis jetzt sieht es eigentlich einfach nur so aus, als hätte Bitcoin ein positives Breakout gehabt und würde dieses Breakout jetzt wieder bestätigen. Man muss aber sagen, was ich in letzter Zeit ein bisschen öfter sehe, ist, dass Trader oder dass gerade die Marktstimmung zwar generell bullisch ist, aber eine sehr starke Unsicherheit herrscht. Die Leute sind sich einfach nicht sicher, wann die erste große Korrektur kommt. Viele gehen jetzt mittlerweile schon davon aus, dass die erste große Korrektur kommt. Manche sagen, ich glaube zwar nicht, dass die nächste große Korrektur jetzt vielleicht kommt, aber mir ist es jetzt zu risikoreich einzusteigen. Das heißt, wir haben natürlich jetzt gerade den Fall, dass einfach unseren, dass der enorme Kaufdruck, den wir in den letzten Monaten immer hatten oder in den letzten vier, fünf Wochen, in den letzten zwei, drei Monaten, muss man natürlich sagen, dass dieser Kaufdruck jetzt schon ein bisschen abgenommen hat. Aber, wie gesagt, wir befinden uns momentan auf jeden Fall noch in einer bullischen Marktstruktur. Das Einzige, was mich hier an der Stelle bearish stimmen würde, kann ich euch direkt schon wieder sagen, wäre natürlich ein Breakout hier unter unseren Abtrend-Support und der befindet sich momentan ungefähr bei 23.250 Dollar. Bei der 1,5 Millionen Dollar Position, also bei der großen, alten großen Position, die jetzt kleiner ist, habe ich meinen Stop-Loss logischerweise hier unter diesen großen Abtrend-Support gesetzt. Hier ist das leider nicht möglich, weil wir sind hier insgesamt, dadurch, dass ich die Position schon hoch skaliert habe, sind wir mit einem 100-Table drin. Die Stop-Losse müssen im Profit sein, denn wenn wir hier einen stärkeren Abverkauf sehen, verliere ich ansonsten natürlich Geld und das will ich natürlich vermeiden, denn wir haben schon extrem gute Profite bei beiden Positionen realisiert und die jetzt zu verlieren, wäre auf jeden Fall, naja, eher eine Verschwendung, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass ich ja dann so oder so noch eine Long-Position offen habe. Was ist jetzt aber unser Kursziel, Leute? Ihr habt es, denke ich, schon gesehen, ich habe momentan zwei größere Kursziele für den Fall, dass Bitcoin es jetzt hier schafft und das werden wir auch wieder in den nächsten Stunden sehen, Leute. Es ist immer so, ich lade ein Video hoch, in den nächsten Stunden werden wir höchstwahrscheinlich sehen, ob es was wird oder nicht. Wir müssen einfach nur im Auge behalten, was jetzt hier hält. Halten, an sich kann man ziemlich genau sagen, halten 23.800 Dollar oder halten 24.350 Dollar. Das ist jetzt unser Konsolidierungsbereich. Hier können wir konsolidieren, ohne dass es irgendwas an der generellen Marktrichtung verändert. Wenn wir hier in dem Bereich konsolidieren, bedeutet das einfach nur, dass wir weiterhin bullish sind. Aus diesem Grund sage ich, wir müssen jetzt einfach im Auge behalten, ob wir hier konsolidieren oder ob wir hier den Support nach unten hindurch brechen. Eine Konsolidierung wäre meiner Meinung nach bullish. Also selbst wenn wir jetzt hier ein, zwei Tage lang konsolidieren in dem Preisbereich, wäre das meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr bullische Entwicklung. Einzige, was wir wie gesagt nicht sehen wollen, wäre jetzt hier ein etwas schnelleres Breakout bis heute Abend noch unter die 23.800 Dollar. Das würde mich erstmal ein bisschen bearish stimmen oder da würde ich zumindest vermuten, dass wir dann mindestens mal nochmal auf 23.500 Dollar runtergehen, wo man sich dann überlegen kann, ob man nochmal die Long-Position dann vielleicht die alte vergrößert, wenn die dann hier geschlossen ist, gibt es dann eine Option. Da werde ich euch dann in der Telegram-Gruppe live drüber updaten. Falls ihr euch, by the way, für dieses ganze Trading-Thema interessiert und wissen wollt, wie ihr die Informationen aus meinen Videos in die Realität umsetzen könnt, wie ihr dann auch solche Positionen offen haben könnt und so weiter und so fort, schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, Leute. Ich habe euch da meine drei Lieblings-Exchanges verlinkt, Bitwise, Bybit, Duodex und Femex. Wenn ihr euch bei diesen Exchanges mit meinen Affiliate-Links registriert, unterstützt ihr mich, aber ihr kriegt auch 3.000 Dollar komplett kostenlos für eure ersten Trades. Die Gewinne, die ihr mit diesen 3.000 Dollar macht, könnt ihr natürlich auch ganz normal auszahlen. Das heißt, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich das Ganze einfach mal abzuholen. Registriert euch einfach mal bei allen drei Exchanges mit meinem Affiliate-Link und dann schaut hier noch das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an. Dieses YouTube-Video, da erkläre ich euch ganz genau, wie das alles funktioniert, wie ihr die Positionen vergrößern könnt, verkleinern könnt und so weiter. Dann wisst ihr ganz genau, wie ihr die Informationen aus meinen Videos in die Tat umsetzen könnt. Und dann muss man natürlich wirklich ganz, ganz klar sagen, sollten wir jetzt hier sogar bis heute Abend ein Breakout über die 24.350 Dollar sehen, dann gehe ich stark davon aus, dass wir über die heutige Nacht höchstwahrscheinlich noch Kursziele von 25.000 Dollar und mehr erreichen würden. Und meine Kursziele für die nächsten Tage sind hier diese Abtrend-Kanal-Widerstände. Ich gehe stark davon aus, dass Bitcoin entweder hier halt machen wird, das heißt bei 27.500 Dollar, das war ja unser ursprüngliches Target, oder dann hier spätestens halt machen wird bei 30.000 Dollar. Ich glaube, bei einem dieser beiden Punkte müssen wir mit einem Reversal rechnen. Wenn wir ein richtiges Blow-Off-Top sehen, dann wäre es wie gesagt sogar möglich, dass wir die 30.000 Dollar erreichen und dann ein richtig fettes Blow-Off-Top sehen. Das halte ich für nicht gerade unwahrscheinlich. Wie gesagt, behaltet jetzt einfach nur im Auge, was der Bitcoin-Kurs bis heute Abend, bis heute Nacht, bis ihr an sich schlafen geht, macht. Sehen wir eine Konsolidierung oder sehen wir vielleicht sogar schon einen frühzeitiges Breakout aus dem Widerstand oder sehen wir halt einen Breakout unter Support, Breakout unter Support. Da werde ich euch dann aber sowieso auch in der Telegram-Gruppe updaten, was ich jetzt mache, weil dann ist diese Position hier geschlossen. Dann haben wir hier zwar auch gute Profite genommen, aber dann ist nur noch die 1,5 Millionen Dollar Position offen. Da muss ich dann ja auch überlegen, ob ich die dann vergrößere, wenn wir dann hier unter den Support fallen oder hier von dem Support bouncen. Wie gesagt, das sind alles sehr variable Sachen, vor allen Dingen bei den Positionsgrößen, um die es hier geht. Es sind zwei Positionen, unterschiedliche Einstiegspunkte, Gesamtvolumen von 5 Millionen US-Dollar. Das heißt, es ist natürlich eine Sache, man ist da jetzt nicht ultra flexibel, was das alles angeht. Ich werde euch natürlich trotzdem versuchen, bestmöglich up-to-date zu halten, was ich mit diesen Positionen mache, auch wenn vieles halt zum Teil wirklich Sekundensachen ist. Ich verkaufe schnell, vergrößere schnell der Kurs schon wieder. 20 Dollar nach oben, 40, 50 Dollar nach oben, dann ist es natürlich schwer, mich, sage ich jetzt mal euch da, komplett Zeit 1 zu 1 gleich zu updaten, aber ich werde da auf jeden Fall mein Bestes versuchen. Na Leute, ich würde aber sagen, wenn es euch mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, vergesst euch nicht bei den Exchanges zu registrieren, probiert das Ganze mal aus, 3.000 Dollar. Wie gesagt, es ist jetzt, wenn jetzt nochmal die Chance da ist, für ein großes Long Run-Up, dann ist sie jetzt. Jetzt haben wir nochmal die Chance, über die 24.350 Dollar zu kommen. Jetzt haben wir nochmal die Chance für ein richtiges Long Blow-Off-Top, vielleicht bis 30.000 Dollar hoch. Das heißt, man sollte den Kurs jetzt auf jeden Fall im Auge behalten. Aus diesem Grund habe ich ja halt auch, wie gesagt, über 5 Millionen Dollar in Longs gerade offen, einfach aus dem Grund, weil es eben dieses Potenzial gerade gibt, hier das Breakout zu sehen. Und natürlich haben wir trotzdem schon mal ein bisschen Profite genommen. Ich meine, wenn man über 200.000 Dollar mit beiden, also als wir hier oben waren, war ich mit beiden Positionen zusammen über 200.000 Dollar im Gewinn. Und da habe ich halt gesagt, okay, ein paar 10.000, da muss man da jetzt auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Ansonsten wäre das einfach ein bisschen unverantwortlich. Aber nein, Leute, ich würde sagen, wie gesagt, wenn ihr euch gewandert, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ihr wisst jetzt, was ihr beim Bitcoin im Auge behalten solltet. Bis jetzt sieht es nicht so schlecht aus. Allein das hier der 30 Minuten hier jetzt bei uns alles, es sieht okay aus. Aber wie gesagt, jetzt zu sagen, ob es hoch oder runter geht, ist unmöglich, vor allen Dingen nach so einem Pump. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob wir hier jetzt Konsolidierung sehen, frühzeitig Breakout über Widerstand oder Support. Und danach kann man sich dann relativ simpel eigentlich richten. Aber nein, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.